Wir sind das Fokusprojekt SOVA. SOVA steht für Solar Water und wir entwickeln eine solarbetriebene Wasseraufbereitungsanlage für Menschen ohne Zugang zu sauberem Trinkwasser. Diese Anlage ist konzipiert auf die Ladefläche eines Trucks, damit man das Gerät einfach transportieren und zu diesen Menschen bringen kann. Wir haben viele Gespräche mit verschiedensten Hilfsorganisationen, die in Regionen von Afrika tätig sind, geführt. Und aufgrund der Ressourcen und Bedürfnisse, die uns erzählt worden sind, die die Menschen dort haben, hat sich für uns nah und nah ein Ziel herausgekristallisiert, nämlich Brunnenwasser, das noch unsicher ist, so weit zu reinigen, dass es gefahrlos für Babynahrung und für die medizinische Versorgung verwendet werden kann. Unsere Ziel ist, die existenzielle energie-efficiente Technologien mit CONTROL ONE zu entwickeln ein System, das funktioniert komplett autonomisch und und als sicherlich als möglich ist. Die speziell-designed Housung ist, um die Stabilität und Stabilität zu ermöglichen. Die Systeme ist deliberately designed, damit keine Chemikalien benötigt werden, und die Komponenten müssen nur gebraucht werden. Wir schaffen das, indem wir die Systeme zu vermeiden der Dürfen, durch die Self-Cleaning. Dank der Integrated Control System, Dies ist dann ausmachtlich und nicht braucht eine Spezialist-Knowledge auf die Seite des Users. An Ultrafiltration Modul serves als Pre-Treatment für die Removal von Small Particles und Bacteria, während die Elektro-Dialysis ist dann benutzt, um Metall-Ions zu benutzen. Volatile Organic Compounds sind mit unaktivierten Carbon Filters, und Viruses sind inaktiviert durch Ultraviolet-Radiation, bevor es in die System ist. Der größte Herausforderung ist die effizient und optimale Interaktion von allen Komponenten, in terms of Energie-Consumption, Wastewater, Space-Requirements und Weight. Working in diesem Team hat sich in verschiedenen Bereichen zu tun, aber es gibt Menschen, die immer mehr Motivation als Sie, ist eine der wichtigsten Dinge hier. Das ist ein paar Sachen für die Möglichkeit.